Hallo und willkommen zum zweiten Türchen. Heute habe ich für euch... Hey Braunpilz, lass mich doch mal ran. Hallo Horst. Ähm, ich geh dann mal. Ähm. Hoi, ich heiße Horst Wieland und heute werdet ihr einiges über mich erfahren. Ich bin meines Zeichens Handlanger und rechter Hand von Braunpilz, dem bösen Imperator. Man sieht mich meistens mit meinem Segway durch die Gegend fahren, das liegt daran, dass ich sehr faul bin. Leider bin ich auch etwas tollpatschig, ich fahre nämlich öfter mal gegen Wände oder andere Tiere. Wahrscheinlich wollt ihr auch wissen, wie ich zu Braunpilz gekommen bin. Nun, das war so. Braunpilz wollte unser Dorf erobern, aber ich führte den Widerstand an. Bei unserem ersten Kampf habe ich mir den Kopf an einem Huhn gestoßen und mein Gedächtnis verloren. So bin ich dann zu Braunpilz gekommen. Als ich meine Erinnerung dann wieder in einer Kiste fand, fand ich es bei Braunpilz gar nicht so schlimm und bin geblieben. Mal ernst, in keinem anderen Job kriegt ihr so viele Kekse. Horst hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal, den ich euch in der Beschreibung verlinken werde. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Adventszeit und bis morgen.